Hallo ihr Lieben, hier ist Christian Heimschelmeyer, Patrapport bzw. Coach, Diplompsychologe und ja, wir haben eine Frage, was ist, wenn man kein Offline-Dating irgendwie hinkriegt aus zeitlichen Gründen oder warum auch immer, aber nicht online daten will, was kann man denn da machen, habe ich eine Frage von Karaf Nieskola und sie schreibt, hallo lieber Christian, ich bin schon eine Weile Fan von dir, habe auch schon einige Kurse belegt, ich bin nach einer toxischen Beziehung anderthalb Jahre Single, hoffe du machst auch den Datingkurs für Frauen, das wäre so ganz wichtig, denke ich, online dating möchte ich aus persönlicher Überzeugung und nach deinem Abraten nicht machen, ich arbeite im Homeoffice, bin selten im Büro oder das ist, Homeoffice hat viele Nachteile, was das angeht, bin alleine erziehend mit einer Tochter, da sind meine Möglichkeiten leider echt begrenzt, ich halte überall meine Augen offen, bin freundlich, lächle Männer an, auch beim Einkaufen komme mir allerdings echt schon blöd vor, wenn dann um die Ecke die Frau kommt und ich da vor dem Mann angelächelt habe und auch ein Lächeln zurückkam, was ja nicht schlimm ist, ist ja nichts passiert, ne, also, tja, was mache ich nur, ich sehne mich echt nach einer emotionalen, tiefgründigen Beziehung, aber wie soll ich das finden, meist bin ich mit Kindern unterwegs und wenn mal mit Freundinnen aus, steht ja weder bei mir noch bei Männern ein Singlezeichen auf dem Kopf, ich überlege dann doch den Weg mit Online-Apps, aber eigentlich möchte ich nicht alle Amazon ausgewählt werden, Amazon, was meinst du mit Amazon, hast du vielleicht einen Rat für mich oder doch eine Empfehlung für eine gute App, ah, dann also doch Online-Dating-Apps, okay, liebe Grüße und vielen Dank, also, ich bin jetzt nicht grundsätzlich gegen Online-Dating-Apps, die haben halt viele Nachteile, aber die sind natürlich, hatte auch neulich so ein Interview, Guadara, da habe ich auch gesagt, ähm, wenn es überhaupt nicht anders möglich ist, also dafür sind sie gut, wenn man jetzt keine andere Möglichkeit hat und aber daten möchte, ähm, dann sind Online-Datings gut, also ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie viel du da ausgeschöpft, äh, hast, auch wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist, wäre auch, auch da wichtig, ähm, ja, zu gucken, äh, was weiß ich, wer läuft da so rum, dass wir vielleicht, äh, vielleicht geht ihr mal auf eine Ü30, ich weiß nicht, wie alt du bist, eine Ü30-Party oder Ü20, Ü40, keine Ahnung, ähm, oder, äh, guckt mal, was da, ob da Männer rumlaufen, wo ihr seid, auch sich mit der Freundin ansprechbar machen, ähm, aber gut, grundsätzlich sagst du ja, du machst das bereits, ähm, dann gibt es natürlich noch, ich will jetzt aber nicht sagen, dass das besser ist, also gibt es natürlich noch diese Sachen mit, ähm, sowas wie Meetup, das ist ja eigentlich so Social, würde ich mal sagen, eher so Freunde finden, aber ich weiß, dass da auch Leute hingehen zum, zum Daten irgendwie, äh, da gibt es so ein paar verschiedene Anbieter, äh, fällt jetzt gerade nur Meetup ein, aber, ja, also auch alle, die das jetzt gucken, wenn ihr Ideen habt, was man alles noch machen könnte, schreibt es in die Kommentare, freut sich die Zuschauer bestimmt hier, ähm, also, äh, Schwarmwissen können wir hier mal nutzen, also das gibt's, dann gibt es, ähm, so Sachen, wo man einfach, äh, so, ich weiß jetzt aber auch nicht genau, wie die Unternehmen heißen, wo die einfach, ähm, so, jetzt kommen wir, kommen wir in die Bar, sammeln wir jetzt mal 50, äh, Singles, ähm, und, oder auch 20 oder 10, da gibt's dann, weiß ich, auf jeden Fall, wenn es da so ein Anbieter gibt, der kann sich dann anmelden, zahlst einen kleinen Video, ähm, ich glaub, aber das ist jetzt wirklich keine Werbung, ich kenn die alle nicht, hab auch nichts mit denen zu tun, ich glaub, Face-to-Face-Dating oder so ähnlich heißt das, ähm, das könntest du machen, da sieht man auch zumindest die Leute, aber ich sag jetzt alles, also, ich hab's auch früher mal alles ausprobiert, und, ähm, meine Meinung ist nach wie vor, dass ich, äh, so echtes Offline-Dating für das Beste halte, wenn's einem möglich ist, aber ich verstehe absolut, wenn du sagst, boah, ich, also Homeoffice fällt da schon mal die Arbeit raus, das ist schon mal ein Riesenpunkt irgendwie, ne, also absolut richtig, ähm, was kannst du noch machen, ähm, ja, witzig, ich hab gerade mit jemandem gesprochen beim Sport, äh, der sagt, äh, dass er öfters alleinerziehende Mütter kennenlernt, äh, um die datet, also, keine Ahnung, wie die dann zusammenkommen, wenn ich das so richtig verstanden hab, äh, lernt halt irgendwie bei, weiß aber auch nicht, wie alt dein Kind ist, bei Aktionen kennen, wo andere Eltern auch sind, vielleicht auch Single sind, ähm, also das könntest du mal gucken, aber jetzt kommen wir mal zu den Apps, jetzt muss ich natürlich sagen, ähm, ähm, wie gesagt, ich bin da mit keiner App verbandelt, ähm, meiner Ansicht nach ist immer das Problem, dass die nicht unbedingt, also in all den Gründen, die ich schon gesagt hab, dass die vielleicht nicht unbedingt wollen, dass man jemanden findet, zumindest nicht so schnell, sondern eher, dass man lange auf der App bleibt, ähm, eine App, die damit wirbt, dass es nicht so wäre, ist es Hinge, da hatte ich auch ab und zu auf einer Lösung mal irgendwas Positives drüber gehört, ähm, aber Hinge gehört zum gleichen Konzern wie Tinder, also, weiß ich nicht, wäre ich auch sehr skeptisch, sag ich mal, ähm, äh, also ob die sich da jetzt viel tun, diese Dating-Apps, äh, habe ich so mal in Zweifel, aber wie gesagt, schreibt es gerne mal rein, wenn ihr kennt hier eine gute Dating-App, habt ihr eine gute, bei einer bessere Erfahrung gemacht, was ich am meisten höre, dass es doch irgendwo letztlich überall die gleichen Leute sind und dass es eigentlich auch so ein bisschen egal ist, so, ähm, aber ich will noch mal ganz klar sagen, hey, wenn nichts anderes geht und man daten möchte, natürlich geht man dann auf eine Online-Dating-Dating-Date, also, wenn man wirklich das Gefühl hat, ich hab das ausgeschöpft, äh, das sag auch immer so, wenn du, weiß nicht, du arbeitest am Nordpol und, äh, da kommen einfach keine Eisbär-Hüterinnen vorbei, oder, ähm, weißt du, was ich, äh, irgendwelche Jägerinnen, Frauen oder was auch immer das da so gibt am Nordpol, äh, die kommen da einfach nicht vorbei, ja, natürlich kannst du, dafür ist Online-Dating super, ne, also, deswegen, auch wenn ich da oft, äh, kritisch bin, soll das jetzt nicht heißen, äh, also, warum nicht ausprobieren, ne, also wenigstens mal ausprobieren, würde ich auch unbedingt machen und lasst euch da jetzt auch nicht, äh, von abhalten von mir, wenn ihr das Gefühl habt, äh, ja, ich komme da einfach nicht weiter, ähm, dann, äh, ist ja auch in meinem, meine, ich hätte ich auch was zugeschrieben in meinen Dating-Kursen, auch zu Online-Dating, so, ne, wie man das, wie gesagt, nutzt es, dich zu verabreden, nicht irgendwelche Brieffreundschaften zu führen, schreib du auch aktiv Männer an, ähm, das empfehle ich ja Frauen immer, bei so Sachen wie, äh, Parship oder so, ähm, dass man da nicht nur wartet, dass einen Männer anschreiben kann, dass man auch selber aussucht, irgendwie, ähm, und wenn man da jetzt wenig Erwartungen hat, und, ich meine, das kostet halt auch Zeit, ne, das ist halt die Frage, wenn du jetzt, ähm, das muss aber letztlich jeder für sich selber wissen, ne, also, wie viele Dates brauchst du, bis du jemanden vernünftigen kennenlernst, also, ich würde mal behaupten, auf einer Online-Dating-App musst du bestimmt, also, es sei denn, du hast Glück, äh, musst du bestimmt 15, 20 Leute treffen, oder vielleicht seid ihr anderer Meinung, weiß ich nicht, bevor jemand dabei ist, so, und das sind auch schon mal 10 bis 15, also, es sind schon 15 bis 20 Abende, also, man kann ja auch nullfalls so ein Null-Date machen, was vielleicht weniger, vielleicht kannst du auch zwei, drei in einem Abend machen, weiß ich nicht, ähm, wo man natürlich auch wieder, ähm, weiß ich nicht, irgendwo hingehen kann, wo vielleicht, äh, Singles sind, oder auf irgendeine Single-Veranstaltung gehen kann, wo das jetzt besser ist, auch, oder wo man vielleicht zum Sport gehen kann und, äh, versucht, Kontakte zu knüpfen, also, es ist halt die Frage, was ist effektiver, ne, also, was meint ihr dazu, ne, schreibt es gerne mal in die Kommentare, aber ich verstehe natürlich, dass, ähm, manche, was weiß ich, studieren und werden zugeschmissen mit möglichen Dates und manche sind in Homeoffice und, äh, kommt vielleicht, tut sich vielleicht überhaupt nichts auf, also, ich verstehe absolut, dass es Konstellationen gibt, ähm, äh, wo man das macht und ich muss auch sagen, und so, auf, auf, äh, Lesungen sind doch immer wieder Leute, die sagen, sie haben jemanden gefunden auf Tinder und so, ne, muss ich, also, es gibt's, natürlich gibt's das, ne, und bevor man jetzt sagt, ich muss, ich verzichte auf, äh, all diese Sachen, ähm, also, ja, würde ich es auf jeden Fall ausprobieren. Was man ja auch ausprobieren kann, ist, ähm, Social Media Apps, also, man kann ja auch, weiß ich nicht, vielleicht, kann ja auch ein Instagram-Account haben, wo man dann, wo man auch sich zeigt, äh, deutlich macht, ich bin Single, ähm, vielleicht schreibe man da Männer an, äh, also, also, das ist ja auch so eine Art Online-Dating über Instagram, Facebook, wie gesagt, je nachdem, welchem Alter du bist, ähm, TikTok, was, also, ob TikTok jetzt so geeignet ist, weiß ich nicht, aber, ähm, ja, also, das wäre auch eine Möglichkeit, ne, also, da müsste es aber, müsste es sich auch zeigen, sozusagen, ne, und, äh, nicht irgendwie, ähm, Account haben, der auf Privates und was ist, ich würde ich keiner und irgendwie als Profilfoto irgendwie ein Landschaftsbild, ja, dann würde ich niemanden anschreiben, so, ne, ähm, also, man muss sich schon irgendwie zeigen, ne, da kommt man nicht drum rum, aber, warum nicht, wenn nichts anderes funktioniert, mein Gott, macht Online-Dating, ne, schreib mir mal, was dabei rausgekommen ist und wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben. Ja, ihr Lieben.